ARD Text im Auftrag von Funk Herr Kollege, sehen Sie, was ich heute in der 7B erbeutet habe? Nintendo Mini Classics Parachute? Das muss ich sehen, das fehlt mir! Das habe ich erbeutet, das gehört mir! Und jetzt habe ich sie alle! Alle! Donkey Kong, Super Mario, Fire und Parachute! Ich will den Parachute! Um jeden für eins! Jetzt hole ich ihn mir! Nintendo Mini Classics. Wer sie nicht alle hat, hat sie nicht alle. Ich gebe dir eine Eins, du gibst mir den Parachute! Probier mal! Hey, Flip-Up! Flip-Up, 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 Flip-Up! Flip-Up, 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 Flip-Up! Knapp ihn auf Tipp ihn an und sparr was für später! Flip-Up, 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 Flip-Up! Da sind sie! Flip-Up, 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 Flip-Up! Du flippst total aus! Flip-Up! Hier kommt Disneys stärkster Held, Herkules! Boom! Bada-Bum! Boom! 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 Ha-da! Jetzt auf Video! Überall zu kaufen! Dr. Best präsentiert... Jiki-Daw, Jiki-Daw, Jiki-Daw! Boah! Die Best Friends! Die Kinderzahnbürsten von Dr. Best! Jetzt mit lustigen Tiergesichtern! Best Friends von Dr. Best! Du Papa! Ja? Du bist ja mein Papa! Ja! Wer ist der Papa von den Apfeln? Der Papa von Apfeln? Der Papa von dem Apfel? Das ist der Baum! Und wer ist der Papa von Räuber-Hotzen-Platz? Das ist... Das ist... Das ist Ottfried Preußler. Und der wird jetzt 75. Die große Geburtstagsedition von Karussell. Jetzt im Handel. So graziöse Artisten hat die Welt noch nie gesehen. Aber jetzt gibt's noch keine Vorstellung. Von wegen! Oh, geil! Wir Funny-Fanten! Wir Funny-Fanten! Wir sind jetzt mit dabei! Wir sind nicht zu retten! Die Funny-Fanten. Stars in der Manege. Nur in Kinderüberraschung. Mein Name ist Bo. James Bo. Neu auf Video. Glaube an Geister, Hexen und Freundschaft. Du siehst einfach zauberhaft aus. In Casper trifft Wendy. Ein neues, spukiges Abenteuer. Jetzt und nur auf Video. Hey Leute, jetzt könnt ihr euer eigenes Käpt'n-Iglo-Abenteuer erfinden. Mit mir, Daniel und Michelle. Mr. P. und der bösen Morena. Den schrecklichen Piranhas. Und natürlich Pedro. In jeder 15er-Packung Fischstäbchen gibt es jetzt einen von uns. Na los, zeig's uns! Wow, das ist gut. Meiner. Und zum Spaß. Gewossen! Damit kann man sich sehen lassen. Game Boy Pocket. Alles dabei? Aha. Auch was Vernünftiges zu essen? Monte. Die einzige Kindermahlzeit von Zott. Mit Nuss, Schoko und viel frischer Vollmilch. Aber erst in der Pause. Hm? Hm. Gut ist, weil der Spaß beginnt. Und dabei die Action stimmt. Gut ist, weil du was bewegst. Und einfach cool an alles gehst. Gut ist, weil du alles passt. Und du richtig Power hast. Gut ist, weil es Monte. Monte von Zott. Gut drin, gut dran, gut drauf. Dandy Dogs. Die faulsten Typen unter der Sonne. Jetzt mit heißen Sunshine-Sprüchen. Neu und nur in Duplo und Hanuta. 299, 289, 279, 269, 250, 249 Mark für die Vierspielerkontrolle mit 64 Bit. Ab sofort, Nintendo 64. Alle reden... Mach die Beine, mach die Beine, mach die Beine. Hilf den verdammten Beine. Oh, er hat die Beine gewonnen. Über den Mann, der mit den Tieren spricht. Oh, oh, ja, Baby. Mama. Mama, ich bin nicht deine Mama. Oh nein, mich brauchst du gar nicht anzugucken. Dr. Doolittle im Kino. Alles Gute kommt von oben. Zum Beispiel Disneys Meisterwerk Hercules. Jetzt auf Video. Die Bilder zum Film gibt's jetzt auf 24 himmlischen Wackelbildern zum Sammeln. Die sechs Bilder mit passendem Album in jeder Junior-Tüte. Insektor-Hins. Neu von Lego-System. Knochen hier und kochen da. Koccolotti, Teddybären zum Liebhaben. Wenn sie hungrig sind, weinen sie. Füttere sie und sie essen. Und dann sagen sie... I love you. Hat's dir Spaß gemacht? Dann fang einfach nochmal an. Koccolotti von Cheapy Toys. Jetzt geht's weiter. Hihi. Der gigantischste Abenteuerpark der Geschichte. Hey! Seht euch die Brontosaurier! Längst ausgestorbene Geschöpfe. Die riesigsten Saurier. Lebendig wie vor Millionen von Jahren. Sagen Sie, sie haben meinen T-Rex? Aber Vorsicht! Nicht jeder Dino ist ein Kuscheltier. Brontosaurus, Velociraptor und Tyrannosaurus Rex in Steven Spielbergs Oscar-prämiertem Jurassic Park am 3. Oktober um 20.15 Uhr. ProSieben. Fantastisch. Fernsehen.